Moin und herzlich willkommen beim Brettspielblog. Ich bin der Flo und wir schauen uns jetzt Zwergendorf von Rita Mode an. Die Illustration ist ziemlich besonders, ist von Carolin Buckenhüskes und ja, ihr seht da schon ganz lustig drauf, also die ganzen verschiedenen Zwerge vorne und die Zwergin Rita ist auch in der Mitte auf dem Cover. Was ist Zwergendorf? Also wir haben es hier mit einem Zwergenzieh- und Zeichenspiel, so ist es tituliert, zu tun. Also mittlerweile ausgedrückt als Draw-and-Write-Spiel. Jeder Spieler und jede Spielerin hat einen Zeichenblock vor sich und wir ziehen Karten und man zeichnet dann etwas auf einen Plan ein. Ähnliche Geschichten kennen wir natürlich mittlerweile, so etwas wie der Kartograf zum Beispiel. Und ja, Rita Model ist ja mittlerweile als Autorin recht bekannt, hat ja schon verschiedene Spieler auf den Markt gebracht. Ja, ganz am Anfang haben wir Bauklötze gestapelt letztendlich und haben da verschiedene Aufträge erledigt, um der Chefin Rita da zu gefallen, die die Abnahme gemacht hat. Dann hatten wir ein Würfel-Einsatzspiel, was auf den Markt kam und dann noch einige andere Spiele drumherum. Jetzt zuletzt kam noch Neu-Donut-Party, ein schnelles Zieh- und Partyspiel auf den Markt. Und so hat man das Gefühl, bei diesen Spielen steht immer der Spielspaß im Vordergrund auf jeden Fall, aber auch meistens eine gewisse Leichtigkeit, die diese Spiele mit reinbringen. Ja, und bei Zwergendorf war mein erster Eindruck vom Cover her genauso. Ja, ich dachte mir, okay, das wird auch relativ seicht sein. Vielleicht vom Niveau her so wie bei der Kartograf oder die Kartografin auch. Und dann habe ich die Partie gespielt, die erste Partie zur zweiten mit Ben. Und wir haben beide gedacht, uiuiui, hier steckt ja doch einiges mehr hinter. Das Spiel hat doch ganz schön viele Kniffe, die einen auch mal ein bisschen zum Grübeln bringen. Und das finden wir eigentlich ziemlich gut. Ja, dann haben wir uns das Spiel noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Und als erstes zeige ich euch jetzt mal die Regeln und dann gibt es mein Fazit dazu. So, kommen wir zu den Regeln und dem Spielmaterial. Also ich habe euch das hier schon alles mal für eine Person aufgebaut. Zweite Person hätte einfach dann einen zweiten von diesen Zetteln und könnte quasi hier neben mir oder gegenüber von mir sitzen. Und was haben wir hier? Also als erstes mal seht ihr hier den Block. Hier sind viele Zettel. Den anderen Teil des Blocks habe ich hinten im Kasten gelassen. Das ist letztendlich der Hauptbereich, auf dem jeder Spieler spielt. Jeder von uns hat einen von diesen Zetteln hier vor sich liegen. Und in der Mitte seht ihr schon das Zwergendorf. Hier seht ihr die Ressourcen, die wir kriegen. Die haben wir hier schon mal alle eingezeichnet. Die zeichnen wir zwar auch hier im Zwergendorf ein, aber es ist besser. Dann müssen wir die nicht jedes Mal einzeln nachzählen, wie viel hier, wie viel Münzen wir haben, wie viel Holz. Sondern das können wir einfach hier wunderschön einzeichnen. Ganz am Anfang darf man hier erstmal sich einen kleinen Zwerg einzeichnen. Ja, und dann dem Zwergendorf einen Namen geben und gegründet von. Also das Ganze ist ein bisschen atmosphärisch. Das finde ich schön. So, dann haben wir hier Bereiche, wo wir Karten ablegen später. Hier unten sehen wir die Produktionsphase und hier schon die Wertungsphase. Also der Block ist zum einen der Spielbereich, aber zum anderen auch so ein bisschen Regeln. Ja, und dann haben wir hier Zwergenkarten. Und zwar sind das diese hier. Davon haben wir insgesamt vier Sets mit jeweils vier Zwergen. Die erkennt man dann an der unterschiedlichen Farbe. Und im Spiel gibt es halt vier von diesen Sets. Und ganz am Anfang können wir uns aussuchen. Wir sollten halt immer zwei mindestens davon nehmen. Und wir können aber auch drei oder vier nehmen. Das sind letztendlich die Ziele, die wir erreichen wollen, die jeder von uns hat. Und wichtig ist, dass man halt hier die Zwerge, die nimmt man immer mit dabei und von den anderen darf man sich halt noch was aussuchen. Also sagen wir mal, wir nehmen jetzt hier die eine Zwerge mit dazu und noch zwei weitere Karten. Das wären dann so die mittlere Stufe. Weiter hat natürlich jeder einen Stift. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendeinen Stift, aber beim Originalspiel sind dann vier Bleistifte dann dabei. Dann haben wir hier die Rohstoffkarten, worüber wir erstmal unsere Rohstoffe bekommen, die wir bei uns einzeichnen. Und immer zwei Bereiche. Jetzt zähle ich gleich nochmal genaues zu. Dann haben wir hier Baukarten, einmal mit Rohstoff und einmal mit einem Bau-Effekt. Und wir haben Zielkarten hier, letztendlich die mit der Zwergenstatue, auch mit dem Rohstoffteil. Und dann mit einem persönlichen Ziel von jedem von uns. Und zu guter Letzt seht ihr hier den Ablauf des Spiels. Und das ist jetzt wirklich super angenehm gemacht hier. Also die Regeln bzw. die Phasen sind hier immer einzeln drauf erläutert. Wir spielen insgesamt zehn Phasen. Davon ist Phase 1, Phase 2, Phase 3 eine Kartenphase. Phase 4 produzieren wir. Phase 5, Phase 6, Kartenphase. 7 produzieren wir wieder. 8, Kartenphase. 9, Produktionsphase. 10, Wertungsphase. Also das ist wirklich super gemacht. Da können sich andere Spiele mal gerne ein Beispiel dran nehmen. Und man nimmt dann einfach die entsprechende Karte mal weg, wenn die Phase vorbei ist. So, aufgebaut haben wir das ganze Spiel. Fangen wir an. Wie gehen wir los? Kartenphase 1. Jeder zieht sich hier eine von diesen drei Karten. Diese, diese und diese. Das macht jetzt jeder Spieler gleichzeitig. Und sucht sich eine von diesen Karten aus, die sie ja behalten möchte. Sagen wir mal, wir behalten diese hier erstmal. Dann legen wir die verdeckt hier vorne hin. Da wo bei erstens eine Karte ablegen hinsteht. So, dann zweiter Schritt. Steht ja hier auch eine Karte behalten. Rest nach links weitergeben. Ja, wir draften das quasi ein bisschen. Also diese beiden Karten, die ich habe, würde ich jetzt an meinen linken Nachbarn oder meine Nachbarin weitergeben. Später kann das dann auch wie hier an die rechte Nachbarin oder den rechten Nachbar geben. Wenn wir natürlich nur zu zweit spielen, dann ist das egal. So, also die Karten gebe ich jetzt weiter. Kriege natürlich dann entsprechend auch Karten wieder. Von den zwei Karten, die ich jetzt bekomme, das wären natürlich andere. Davon würde ich jetzt wieder eine Karte behalten. Diese Karte würde ich mir jetzt hier hinlegen. Auch wieder verdeckt. Und die letzte Karte beim Punkt 5 werfe ich ab. So, 1, 2, 3, 4, 5. Alle Punkte schon gemacht. Jetzt kommt der sechste. Beide Karten einzeichnen. Jetzt drehen wir gleichzeitig die Karten auf. Und decken sie hier, sodass wir alle sehen können. Und jetzt macht das jeder gleichzeitig. Denn das ist der Moment, wo es jetzt uns quasi auch nicht interessiert, was die anderen machen. Und jetzt erkläre ich euch jetzt mal, was die Karten zeigen. Der Ressourcenteil, den hat ja jede Karte. Nur die Ressourcenkarte hat den zweimal. Wir machen immer oben und unten. Auch bei den anderen Karten. Wir machen immer oben und unten. Und dann ist es aber häufig so, dass wir eine Auswahl haben. Dafür ist natürlich das Oder da. Und ihr seht jetzt einfach, also ich kann jetzt hier entweder sagen, ich nehme mal einen Stein und ein Bier. Oder ich zeichne mir zwei Stöcke ein. Und dann nehme ich mir entweder einen Stein oder ein Bier. Und wichtig ist, einzeichnen kann ich das auf dem Plan, auf dem Spielfeld hier, auf unserer Lichtung, wo ich möchte. Also fange ich einfach mal an und zeichne mir hier oben einen Stein ein. Mal gucken, wie mir das gelingt. So, das ist der Stein. Und das Bier möchte ich vielleicht einfach hier einzeichnen. Ich hätte auch zwei Stöcke einzeichnen können. Und wichtig, die Ressourcen kreuze ich mir hier oben einfach ab, damit ich mir das merke. Also ich habe schon einen Stein und ein Bier. Und dann darf ich mir von hier unten auch noch eine Sache nehmen. Dann nehme ich mir nochmal einen weiteren Stein. Und zeichne den auch ein. Gut, das war schon die erste Karte. Das sind die Ressourcenkarten. Wie gesagt, einfach Ressourcen eintragen. So, diese Karte kommt auf den Ablagestapel. Die kommt also weg. Jetzt habe ich die zweite Karte. Das ist halt eine Karte mit Baustelle hier. Also eine Baukarte. Erstmal den oberen Bereich. Das ist wieder Ressourcen. Das nehme ich ganz normal. Da kann ich entweder zwei Münzen nehmen oder einen Stein. Ich zeichne mir hier mal zwei Münzen ein. Kann die auch schon mal abkreuzen. Ach, den einen Stein habe ich auch noch nicht eingetragen. Da muss man immer dran denken. Und die zwei Münzen trage ich, warum auch immer, einfach hier in die Mitte ein. So, das habe ich erledigt. Und jetzt habe ich hier noch diesen Bauabschnitt. Der sagt mir, immer wenn ich eine Mine baue, das mache ich ja dann nur später in der Produktionsphase, dann kostet mich eine Mine zwei Holz mehr. Okay, das ist erstmal schon ein bisschen merkwürdig. Warum ist das so? Naja, unseren Plan werden wir relativ schnell voll kriegen. Und in jeder Produktionsphase müssen wir alles produzieren. Das zeige ich euch gleich. Und dann ist es vielleicht besser, wenn manche Sachen teurer sind, sodass wir sie gar nicht so gut bauen können. Baukarten sammle ich erstmal hier und aktiviere oder deaktiviere sie dann zu jeder von Anfang jeder Produktionsphase. Kommen wir gleich hin. Gut, das war es schon. Das war die erste Kartenphase. Und die ist erledigt. Zweite Kartenphase ist jetzt genauso. Also jeder nimmt sich jetzt wieder drei Karten, behält eine davon, draftet die anderen weiter von den zwei Karten, die er dann noch hat. Behält er wieder einen, legt sie hin, die andere kommt auf den Ablagestapel. Dann werden die Karten gleichzeitig aufgedeckt und ich trage sie wieder ein. Diese Karte hier könnte ich zwei Holz zum Beispiel haben. Zeichne ich ein. Oder ich könnte hier zwei Steine haben oder zwei Bier. Ich nehme mal hier zwei Bier. Und dann ist diese Karte schon wieder fertig, kommt weg. Hier ist jetzt der dritte Kartentyp. Die Zielkarte hat oben auch wieder Ressourcen. Zwei Holz oder einen Stein. Ich nehme mal einen Stein. Und dann ist hier oben ein persönliches Ziel. Und jetzt kommen wir zu den Zielen mal. Hier bekomme ich für die größte zusammenhängende Münzgruppe, Münzgruppe, acht Punkte am Ende des Spiels. Also die gelten nur am Ende des Spiels, wird das gewertet. Hier in Phase 10, der Wertungsphase. Und Münzen habe ich hier ja schon mal angefangen. Zwei habe ich, wenn ich eine Münzgruppe zusammenhängend habe. Und das ist die größte im Vergleich mit all meinen Mitspielerinnen und Mitspielern. Dann bekomme ich acht Siegpunkte dafür. Die lege ich auf mir hin. Am Ende des Spiels darf ich nur drei von diesen Zielkarten hier werten. Aber hinlegen darf ich hier beliebig viele. So, das war die zweite Phase schon. Fertig. Das haben halt alle gleichzeitig gemacht. Dann wartet man vielleicht ein bisschen, bis da die anderen auch fertig sind. Aber so lange ist da die Downtime nicht. Jetzt kommt die dritte Kartenphase. Die machen wir auch noch schnell einmal. Und hier sehen wir, hier haben wir noch mal eine besondere Produktionskarte. Die nehmen wir schon mal. Zeige ich euch gleich. Draften wir die anderen wieder rum. Dann kriege ich das hier wieder. Nehme das als zweite Karte. Die dritte kommt auf den Ablagestapel. Und wir sind wieder dabei, dass wir die Karten aufdecken und sie einzeichnen. Oben bekomme ich entweder drei Münzen oder drei Bier. Ich habe ja hier dieses Ziel mit der größten zusammenhängenden Münzgruppe. Also nehme ich mal das. Eins, eins, eins. Das wären drei Münzen. Oh, was wir natürlich nicht gemacht haben. Wir haben hier die Münzen noch nicht wieder alle eingetragen. Eins, zwei, drei. Und die Stöcker vorhin. Das kann man schnell vergessen. So müsste es aber passen. Hier der Stein ist auch noch nicht eingetragen. So. Jetzt seht ihr aber etwas. Und zwar dieses hier. Das hatten wir noch nicht. Das sind Bäume. Und zwar habe ich hier rechts ja einen Bereich mit Bäumen. Fünf Stück und Minuspunkten daneben. Ich darf daneben jetzt in den freien Bereich, darf ich mir zusätzliche Bäume eintragen. Wofür sind sie da? Wenn ich irgendwann im Laufe des Spiels vielleicht einfach hier nichts mehr eintragen kann von den Sachen, die jetzt kommen. Ja, von der in der Produktionsphase. Da kommen ja Bauten dann dazu. Seht ihr gleich. Oder ich möchte es gar nicht eintragen. Dann kann ich pro Gebäude, was ich nicht einbauen, einzeichnen möchte. Oder pro Sache hier. Zwergen sind ja auch da. Dann kann ich mir einen Baum abstreichen und muss das Ganze dann nicht einzeichnen. Und zwar komplett. Egal, ob das dann ein Feld blockiert wie ein Zwerg oder eine Mine oder mehrere Felder wie ein Mauerabschnitt oder Taverne. Ich muss nur einen Baum dafür wegstreichen. Und der erste Baum, den ich hier wegstreichen könnte, der ist noch umsonst. Ich muss halt meine Lichtung quasi vergrößern. Der kostet mich null Siegpunkte. Aber schon, wenn ich hier weiter ankreuze, ich gucke der Baum, bei dem ich am untersten bin, ganz am Ende des Spiels, diese Minuspunkte würde ich einzeichnen. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht richtig erkennen. Aber der vorletzte wären zehn Minuspunkte. Das wird hier nicht zusammengezogen. Dann bekomme ich zehn Minuspunkte insgesamt für alle Bäume. Und wenn ich den untersten Baum eintrage, wären es minus 20 Punkte. Sollte ich darüber hinaus immer noch Bäume schlagen müssen, weil ich meine Lichtung vergrößern muss, weil ich etwas platzieren muss, aber es nicht kann, dann würde ich sofort aufhören und dürfte nicht weiterspielen. Und dafür sind diese Bäume natürlich super, die ich hier habe. Das sind Gratisbäume. Die kann ich mir hier oben eintragen. Und wenn ich jetzt das nutze und will halt eine Sache nicht eintragen oder kann sie nicht eintragen, kann ich erstmal einen dieser Gratisbäume quasi hier fällen, bevor ich die Bäume hier unten nutzen muss. Ja, die Karte haben wir eingezeichnet. Fertig. Jetzt kommen wir noch zur letzten Karte. Hier seht ihr, ich kann hier entweder zwei. Was sind das denn hier? Das haben wir doch gar nicht. Das Hammer-Symbol. Das sind Schmieden. Und das sind Minen. Das sind halt hier diese Bauwerke, die wir gleich produzieren. Die kriege ich. Das kann also auch sein, dass so eine Karte gar keine Ressourcen bringt, sondern dass sie uns gleich die entsprechenden Bauwerke bringt. Und dann bauen wir doch einfach mal schnell unsere zwei Minen. Die packe ich hier erstmal hin. Und dann habe ich wieder ein Ziel. Und zwar sagt das hier, ich kriege am Ende des Spiels je drei Münzen, kriege ich drei Siegpunkte. Maximum übrigens zwölf Punkte. Das ist dann bei allen Karten, die sowas Variables haben. So, das wäre die dritte Kartenphase. Und jetzt kommen wir zur ersten Produktionsphase, die will ich euch gerne erklären. Hier steht einfach nur Produktionsphase Schritt A bis G. Und das seht ihr hier auch. Produktionsphase Schritt A bis G. Also als erstes Mützen benutzen optional. Ich habe hier fünf Felder für Zwergenmützen und ich dürfte mir jetzt überlegen, ob ich eine oder mehrere Mützen hier abstreiche und mir dafür jeweils eine beliebige Ressource hier zusätzlich ankreuze. Das sieht erstmal so spannend aus. Man überlegt sich auch, Mensch, das könnte ich ja schon auf jeden Fall machen. Aber kann auch sein, dass einem das dann nachher um die Ohren fliegt. Aber ist natürlich sinnvoll und irgendwie auch eine ganz niedliche Idee. Also das kann ich machen. Zweitens jetzt Baukarten aktivieren. Also jetzt gehe ich hier der Reihe nach durch. Als erstes schaue ich, wie viele Münzen ich habe. Und so viele Zwerge kommen zu mir ins Dorf. Also ich habe fünf Münzen bereits. Das heißt, fünf Zwerge kommen dazu. Ich muss jetzt also irgendwo hier fünf Zwerge bauen. Die müssen nicht aneinander hängen. Die könnte ich auch woanders hin bauen. Ich baue mal hier die fünf Zwerge hin. So, also das ist jetzt wirklich erstmal beliebig eingetragen. Und die Münzen sind jetzt nicht weg. In der nächsten Produktionsphase, die kommt jetzt ja erst noch ein bisschen später. Und dann kommt ja noch einmal, muss ich wieder alle Münzen benutzen, um wieder Zwerge zu bauen. Das heißt, ich baue in den nächsten beiden Produktionsphasen jeweils nochmal mindestens fünf Zwerge. Ja, es sei denn, ich habe mir hier durch eine Baukarte den Bau von Zwergen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, dass die verteuert werden. Aber bei Minen gibt es das verteuert. Und das seht ihr jetzt gleich beim nächsten, wie das geht. Also Schritt D. Für jeweils ein Holz baue ich eine Mine. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte erstmal viele Minen haben. Dann deaktiviere ich diese Karte. Das mache ich am Anfang der Produktionsphase. Jetzt mache ich eins zu eins für ein Holz eine Mine. Ich habe zwei Holz insgesamt, sehe ich hier oben ja auch. Und könnte mir zwei Minen eintragen. Die kann ich hier eintragen, die könnte ich aber auch hier oben eintragen. Das hängt immer davon ab, was für Ziele ich habe. Hätte ich diese Baukarte aktiviert, hätte mich der Bau einer Mine zwei Holz mehr gekostet. Hätte ich also pro Mine drei Holz gebraucht. Ich habe nur zwei Holz, hätte ich also keine einzige Mine eingezeichnet. Das kann ich natürlich machen, wenn ich zum Beispiel keine Minen habe, also wenn ich keine Karten habe, die mir Siegpunkte dafür bringen. Diese beiden Karten hier, das hängt ja schon mal nichts mit Minen zusammen. Und über diese Gemeinschaftskarten haben wir noch gar nicht gesprochen. Das mache ich gleich am Ende aber erstmal. Vielleicht kommt da ja gar nichts mit Minen drin vor. Das muss ich natürlich ganz am Anfang des Spiels lesen, das ist klar. So, dann habe ich hier e. Das ist dann der Schritt, wo ich für jeden Stein einen Mauerabschnitt baue. Ein Mauerabschnitt sind immer zwei Teile. Ich habe mittlerweile drei Steine. Also müsste ich drei Mauerabschnitt bauen. Das ist der erste Mauerabschnitt. Das ist der zweite Mauerabschnitt. Und sagen wir mal, das ist der dritte Mauerabschnitt. Ein Mauerabschnitt sind immer zwei Kästchen. Schritt F. Ich gucke, wie viele Münzen und wie viel Bier ich habe. Und für jeweils Kombinationen von einem Bier und einer Münze baue ich eine Schmiede. Ich habe fünf Münzen, aber nur ein Bier. Das heißt, ich baue nur eine Schmiede. Und die Schmiede, die baue ich mir mal nach ganz rechts. Auch hier immer ist es natürlich eigentlich wichtig, was für Ziele ich habe. Und letzter Schritt G. Für je ein Holz, ein Stein und ein Bier baue ich mir eine Taverne. Ich habe zwar jede Menge Holz und jede Menge Stein, aber ich habe nur ein Bier. Also baue ich nur eine Taverne. Und eine Taverne besteht aber aus vier Feldern, die ich dann hier einbaue. Das sind quasi hier diese vier Felder, die das Ganze blockiert. Gut, das wäre meine Produktionsphase. Und das produziere ich halt immer jede Runde. Ich kann mir das halt erschweren, indem ich hier Baukarten habe. Jetzt käme wieder die nächste Kartenphase dran. Noch eine Kartenphase. Jetzt würde wieder produziert werden. Dann käme noch eine Kartenphase. Und jetzt würde ein drittes Mal produziert werden. Und am Ende kämen wir jetzt zur Wertungsphase. Werten tue ich in der Phase 10 halt in dieser Reihenfolge. Als erstes wähle ich meine drei eigenen Zielkarten. Das sind die Karten, die ich mir links hingelegt habe. Da könnten ja beliebig viele liegen. Und gucke, wie viele Punkte ich dafür kriege. Maximal halt zwölf pro Karte. Können aber auch weniger sein. So, jetzt Zwergenkarten in der Mitte. Das sind die Zwergenkarten, die wir hier haben. Da müssen wir natürlich eigentlich am Anfang des Spiels drauf gucken, damit wir dann auch so spielen, wie es sich lohnt. Was hätten wir hier zum Beispiel? Naja, hier für jeden Mauerabschnitt am Waldrand. Der Waldrand ist ganz außen. Wenn wir da einen Mauerabschnitt hingepackt hätten, hätten wir für jeden Mauerabschnitt einen Punkt bekommen. Na gut, das wäre bei uns jetzt ziemlich dämlich geplant, weil wir haben das genau neben dem Mauerabschnitt gemacht. Aber hätten wir das beachtet, hätten wir dadurch Punkte da hochholen können. Dann haben wir hier eine Karte. Für jede einzelne Taverne, also eine Taverne, die nicht an eine andere Taverne angrenzt, kriege ich drei Punkte. Und das dritte Ziel, was für alle gültig gewesen wäre, wäre dieses hier. Für eine geschlossene Mauer mit je mindestens vier Tavernen, wobei man es nur einmal machen kann. Deshalb finde ich das mit dem je ein bisschen schwierig. Aber so ist es halt. Also in einer geschlossenen Mauer und in der müssen sich vier Tavernen befinden und fünf Schmieden insgesamt. Dann kriege ich 15 Punkte. Das ist richtig viel an Punkten natürlich. Aber dafür müsste ich halt auch komplett Mauern bauen. Ist egal, wie lang diese Mauer ist. Das ist hier nicht festgesetzt. Aber innerhalb dieser Mauer, die geschlossen sein muss, müssen sich vier Tavernen befinden und dann vier Schmieden, die halt so ein einzelnes Feld sind. Dafür hätte es dann Punkte bekommen. Das rechnen wir als zweites ab. Dann gucken wir, wer von uns am meisten Tavernen hat. Und das steht dann auch hier. Der mit den meisten Tavernen kriegt sieben Siegpunkte. Bei Gleichstand bekommen beide Spieler oder alle Spieler, glaube ich, drei Punkte. Moment, ich schaue da mal ganz kurz rein, wie das ist. Ja, genau. Drei Punkte bei Gleichstand. Und dann gibt es diejenigen für den meisten Schmieden. Zählen wir da. Wer hat die meisten Schmieden? Der bekommt vier Siegpunkte. Bei Gleichstand bekommen alle Beteiligten zwei Siegpunkte. Und dann bekommen wir noch die Minuspunkte für gefällte Bäume, die wir haben. Also gefällte Bäume, das könnte halt sein. Ihr habt ja gesehen, es gibt zwei, drei von diesen Produktionsphasen hier. Und es könnte natürlich sein, dass einfach ich mir so viele Ressourcen geholt habe. Ihr habt das ja schon jetzt nach den ersten drei Karten gesehen. Dass einfach so viele Felder hier voll sind, dass ich nicht mehr meine Tavernen platzieren kann. Und es kann ohne Probleme sein, dass man in einer Runde vier oder fünf Tavernen platzieren muss. Oder ich das nicht möchte. Dann kann ich entweder sagen, ich kreuze hier einen Baum an. Wobei ich das nicht einzeichnen möchte. Kriege dafür Minuspunkte. Oder ich habe halt vorher die Möglichkeit gehabt, über diese Baukarten, die ich mir hier geholt habe, das zu aktivieren und solche Sachen einfach mir zu verteuern. Zum Beispiel hier hätte ich halt die Möglichkeit, dass ich sage, für eine Taverne brauche ich jetzt einen Stein mehr. Taverne kostet mich ja normalerweise ein Holz, ein Stein, ein Bier. Und jetzt bräuchte ich halt für jede Taverne zwei Steine und ein Holz und ein Bier. Und so baue ich natürlich dann weniger Tavernen. Und so kann ich dann das immer wieder mir neu machen. Und das kann ich halt am Anfang der Produktionsphase immer wieder neu erklären. Wenn ich hier die drei Karten zum Beispiel hätte, würde ich sagen, diese Karte deaktiviere ich, weil ich Minen haben möchte. Aber die Tavernenkarte, die lasse ich aktiv, weil ich keine Tavernen mehr haben möchte oder nur weniger. Und die deaktiviere ich. Und am Ende werden die wieder zurückgedreht, sodass ich sie für die nächste von diesen Produktionsphasen wieder nutzen könnte. Ja, soweit zu den Regeln. Am Ende gewinnt natürlich der oder diejenige, die am meisten Siegpunkte hat. Ja, soviel zu den Spielregeln und dem Spielmaterial. Also kommen wir als erstes mal zu den Sachen, die ich irgendwie sehr, sehr interessant finde. Und das ist natürlich auch das, was am Anfang einem so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Nämlich diese Karten, die man benutzt, um die Produktion einen zu erschweren. Also beim ersten Mal haben wir das einfach gar nicht verstanden. Wir haben gedacht, wir lesen die Regeln da falsch, weil das ergibt ja einfach gar keinen Sinn, wenn ich auf einmal für meine Schmiede mehr ausgeben muss oder für meine Taverne. Und haben dann aber natürlich während der Partie festgestellt, ach herrje, ja, das ganze Spielweit wird hier schnell viel zu voll. Und ich will ja nicht die ganze Zeit Bäume hacken, um nachher dann auch bis zu 20 Minuspunkte zu bekommen. Sondern damit kann ich natürlich genau das dann regulieren. Und das ist extrem wichtig, dass ich natürlich die richtigen Karten habe, um entweder Sachen gar nicht zu bauen, ja, weil ich sie gar nicht brauche. Kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie viele Ziele ich mit reinnehme, ob zwei, drei oder vier. Oder ich brauche zwar die Sachen ganz am Anfang, muss auch die Engine irgendwie ein bisschen ins Laufen bringen. Drei Phasen von der Produktion sind jetzt ja auch nicht allzu viel. Aber ich brauche dann einfach am Ende sie nicht nochmal. Ja, da möchte ich sie nicht nochmal produzieren oder halt nur ein bisschen Mengen. Und dafür benutze ich dann diese Karten, die das Ganze dann halt zum Stoppen bringen. Also diesen Mechanismus finde ich erstmal gelungen. Generell ist das etwas, was ich jetzt auch noch nicht kannte. Ein Spiel, wo ich Produktion kriege, auch wieder etwas produziere, das einzeichne. Aber ich eher aufpassen muss, dass ich nicht im Übermaß produziere. Und genau hier ist dann auch ein bisschen dieser Grübelfaktor, dass man sich das genau überlegt. Was wir relativ schnell schon ab der ersten Partie gemerkt haben, dass man von Anfang an überlegen muss, wie man die Sachen aufbaut. Vor allem mit diesen großen Zielen, wo man dann von der Mauer umgeben, zum Beispiel vier Tavernen und dann noch ein paar Zwerge oder so etwas reinbauen muss. Das muss ich mir halt ganz am Anfang überlegen. Ja, wir hatten sogar die Überlegung, ob wir nicht mit einem Bleistift das schon mal vorzeichnen sollten, tatsächlich auf dem Plan. Und das Ganze dann nur noch abarbeiten. Es ist nicht so schlimm, dass man quasi am Anfang das Ganze sich vorüberlegt, wie so ein Architekturplan von so einer Stadt. Und dann zieht man nur noch die ganzen Karten und macht das alles so, wie es kommt. Denn letztendlich hängt es natürlich auch sehr von den Karten ab, die ich kriege. Das ist das interessante Instrument da. Da ist der Zufall mit dabei. Also, wenn ich das drafte und es mit mehr als zwei Leuten spiele, dann gehen die Karten ja quasi dann auch immer an meinen Nachbarmann. Es geht immer an meinen Nachbarern, aber nicht nur an meinen Gegenüber, sondern halt nach links und mal nach rechts. Und schon in der normalen Version kann ich ja damit ein bisschen gucken, was brauchen die Personen dann links oder rechts von mir. Was gebe ich ihnen weiter? Kann da fast ein bisschen gemein vielleicht spielen. Das sogenannte Hate Drafting kennt man ja auch schon von solchen Spielen wie Seven Wonders. Oder gebe ich halt einfach irgendwas weiter? Ich muss natürlich immer gucken, dass es mir am meisten hilft. Also, diese Interaktionskomponente hat es auf einmal auf jeden Fall schon. Es gibt ja sogar noch die Zusatzregel hier mit dem gemeinen Zwerg. Da kann ich dann sogar auswählen, welche Karte mein Gegenüber oder mein Nachbar dann benutzen muss. Ich habe also drei Karten. Eine benutze ich für mich, eine schmeiße ich ab und die andere weise ich dem anderen zu und der muss sie dann benutzen. Das ist dann schon noch ein bisschen härter. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist schon ein bisschen mit diesen Vorüberlegungen, das nimmt schon einen großen Teil ein. Wenn ich einfach so zeichne und merke dann irgendwann, ach herrje, das klappt ja gar nicht, weil ich nicht genug Platz habe innerhalb meiner Mauer um meine Tavernen da unterzubringen oder jetzt habe ich da einfach irgendwas hingezeichnet, aber da müsste eigentlich die Tavernenmauer lang, weil ich ansonsten nicht genug Mauern bauen kann und ich bräuchte irgendwie zehn Mauern oder sowas, dann ist das natürlich super ärgerlich und darum wird jeder sofort ab der zweiten Runde spätestens dann denken, naja, ich überlege jetzt vorher mal, wie ich das mache. Und das muss einem bewusst sein und das muss einem auch Spaß machen, dass man vorher wirklich so ein bisschen sich einen kleinen Plan überlegt und wie gesagt schon fast sich überlegt, ob man das mit Bleistift so ein bisschen einzeichnet und das dann auch so nachvollzieht. Man hat halt am Anfang ein bisschen mehr Grübelei und dann nachher führt man das etwas aus, wobei aufgrund dieser Zufallsmechanismus, welche Karten ich kriege, muss ich natürlich dann immer auch ein bisschen drauf reagieren. Ich kriege natürlich nicht immer genau das Passende, was ich brauche, gerade weil ja die Rohstoffe natürlich nicht immer alle auf allen Karten verfügbar sind und manchmal kriege ich vielleicht einfach auch eine Karte, da ist dann Rohstoff drauf, den ich gerne hätte. Auf der anderen Seite ist das dann auch eine reizvolle Zielkarte. Ja, also das zur Einschränkung komme ich aber noch mal zu so einem zweiten Teil, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Das sind die persönlichen Zielkarten. Also wir haben ja nicht nur die Karten mit den Ressourcen drauf, wir haben die Karten mit den Einschränkungen der Baukosten oder der Erhöhung der Baukosten drauf, sondern ich habe als drittes Jahr noch diese Zielkarten. Da ist oben eine Ressource und unten ein Ziel drauf. Das finde ich auch wieder sehr nett. Ich mag das, wenn wir halt auf der einen Seite mit gemeinsamen Zielen arbeiten, auf der anderen Seite aber auch jeder noch persönliche Ziele abarbeitet, weil dann einfach sich die Pläne natürlich auch sehr, sehr groß unterscheiden und gerade so diese Geschichte, dass die Ziele auch in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Diese einzelnen Ziele, ich mir davon auch mehrere hinlegen kann, aber ich trotzdem nur drei davon benutzen darf. Auch das finde ich einen netten Mechanismus. So eskaliert das Ganze nicht total, wenn jemand da fünf oder sechs Ziele hat, weil man sich halt die besten aussuchen muss und trotzdem gibt es einem die Möglichkeit, dass man sagt, ach komm, ich nehme die Karte schon mal mit und lege sie mir hin. Entweder schaffe ich das während der Partie, aber ich packe schon mal eine vierte oder fünfte daneben. Wenn ich es nicht schaffe, vielleicht kriege ich mit der anderen dann sicher ein paar Punkte, vielleicht sieben Punkte schon mal sicher, mit der anderen kriege ich vielleicht zwölf. Auch diese Begrenzung auf zwölf Siegpunkte finde ich ganz gut. Auch da ist es in diesem Genre hier, finde ich, in Ordnung, wenn es halt nicht total eskaliert bei einer Karte und dann irgendwer einholbare Punkte bekommt. Also das Spiel ist sicherlich mehr als ein seichtes Familienspiel. Dafür muss man am Anfang mehr planen und auch der Mechanismus mit dem, dass ich die Karten immer so, also dass ich halt bauen muss und immer gucke letztendlich, dass ich mich da nicht zubaue, der ist ja schon komplex genug. Dann würde ich sagen, sind wir aber auch auf dem Niveau von so einem maximal hohem Familienniveau, Niveau-Kenner-Spieleinsteiger-Level. Das gibt das Ganze her. Spielvariabilität ist auf jeden Fall gegeben, weil es ja super viele von diesen unterschiedlichen Zielen gibt und das sind ja immer so Sets, von denen ich mir eins aussuche. Man kann mit zweien von diesen Karten nur spielen. Das ist immer so ein Vierer-Set. Das ist dann eigentlich relativ einfach, würde ich sagen. Da braucht man nicht so aufmerksam sein. Wenn man mit drei oder vier von den Zielen spielt, dann ist es schon schwieriger, die miteinander natürlich zu kombinieren. Da muss man dann schon genau überlegen und das wird dann schon ein bisschen komplizierter. Ja, und von diesen Zs gibt es halt auch noch jede Menge, sodass wir da auch noch ein bisschen Unterschied bekommen. Dann gibt es noch eine Variante, die finde ich auch nicht uninteressant. Und zwar, dass diese Baukarten, die also uns die Baukosten erhöhen, dass wir die nicht häufig benutzen dürfen, sondern jede nur einmal. So, dass ich halt ein bisschen aufpassen muss, in welcher Situation benutze ich diese Karte jetzt, um mir etwas zu verteuern, damit ich davon halt nicht so viel oder gar nichts baue. Auch diesen Regelmechanismus, den finde ich sehr reizvoll. Ja, das Material selbst habe ich euch ja gezeigt. Die Grafik ist eine interessante Grafik. Finde ich ganz lustig. Gewählt, das mit den Zwergenmützen, das haben sie auch propagiert auf der Messe. Habt ihr ja wahrscheinlich auch alle gesehen. Auch selbst Rita wandert ja da mit der Zwergenmütze herum. Und auch, ja, hier kann ich mir sogar eine Ressource aus der Zwergenmütze raushaubeln. Das finde ich ganz charmant gemacht. Also dieses niedliche Thema nimmt einen dann schon ein bisschen mit. Aber natürlich gestalten wir hier einen Architekturplan, so eine Stadtkarte. Und das merkt man dann auch beim Spiel. Das ist es dann natürlich auch. Aber das ist nicht schlecht. Ein bisschen schade finde ich, dass der Plan nur auf der einen Seite bedruckt ist. Jetzt habe ich hier nur das Vorabexemplar. Ich weiß nicht, wie das im Originalexemplar ist. Vielleicht schreiben wir da nochmal einen Kommentar drunter. Sollten da der Block von beiden Seiten benutzt sein. Denn es ist ja immer wieder so ein bisschen diese Diskussion. Wie ist das einmal mit der Widerspielbarkeit? Wann spielt sich so ein Spiel leer? Wie ist das auch so mit dem Ressourcenverbrauch? Einmal muss man natürlich sagen, erstmal die seltenen von diesen Spielen, spielt man den Block wirklich leer. Ich habe einmal ganz schön clever mit in den Urlaub gehabt. Oder sogar in zwei Urlauben. Wir haben das ständig gespielt. Und dann haben wir irgendwann jetzt tatsächlich den Block davon mal aufgebaut. Und dann muss ich sagen, war ich mit dem Spiel aber auch durch. Und im seltensten Fall spielt man Spiele wirklich so häufig, dass man den Block leer spielt. Und ja, das ist dann glaube ich auch in Ordnung. Also die Gefahr sehe ich jetzt auch irgendwie nicht. Dafür gibt es schon einige Zettel hier. Der Spielblock steht leider gerade gar nicht drauf, wie viele Zettel er hat. Aber er hat auf jeden Fall einige. Er ist ganz schön dick. Und auf der anderen Seite das mit dem Abwischbaren, dass man das macht, Ressourcenverbrauch technisch. Ja, das hat so ein Für und Wider. Auf der einen Seite ist das sicherlich gut, dass ich nicht so viel Papier dafür benutzen muss. Auf der anderen Seite, jede Tageszeitung verbraucht auch Papier natürlich. Also das ist eine müßige Diskussion so ein bisschen. Und mit der Abwischbarkeit, ja. Ich bin da so ein halber Freund von. Ich finde das bei Spielen wie Railroad Inc. ganz nett, ganz gut. Aber ich habe da auch schon häufig das Problem gehabt, dass wenn ich etwas oben links in der Ecke einzeichne, ich dann einfach irgendwie mir meine Hand angucke und der Handrücken ist dann so ein bisschen schwarz. Und ich denke, wie kommt denn da die Farbe dran? Und dann gucke ich auf meinen Plan. Ah ja, ich sehe es. Ich habe da unten was vermischt. Mist, was war es denn nochmal? Da gibt es ja dann auch wieder Spiele, da sind die Stifte dann so ein bisschen stärker, sodass man sie nicht einfach so mit dem Handrücken mal drüberwischen und abwischen kann. Da klagt dann vielleicht immer wieder der ein oder die andere darüber, dass man die Stifte dann wieder nicht so leicht weggewischt bekommt, wenn man das Spiel dann wieder resetten möchte. Also daher alles ein bisschen Probleme. Hier hat man sich dafür entschieden, dass man halt Zettel hat zum Wegwerfen. Ich finde es schön, wenn die Zettel beidseitig bedruckt sind, dass man sie doppelseitig nutzen kann. Und wenn sie einseitig nur zu nutzen sind, dann kann man sie halt zumindest als Schmierzettel für irgendwas noch benutzen. Ja, soviel zu Zwergendorf. Also ich kann das Spiel empfehlen als leichtes Kennerspiel oder schon gehobenes Familienspiel. Auf jeden Fall in dem Segment. Man hat einiges zum Grübeln, zum Nachdenken. Nach der nächsten Partie sagt man sich, ah, ich habe da noch eine andere Überlegung, lassen wir uns ruhig nochmal eine weitere Partie spielen. Und das ist ja meistens ein gutes Zeichen dafür. Also, ich hoffe, das Video war interessant und hilfreich für euch. Wenn es so war, dann hinterlasst gerne einen Daumen. Packt gerne einen Kommentar darunter. Habt ihr das Spiel auch gespielt und wie gefällt es euch? Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Flo. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020